So, und wieder stehen wir vor Dracula. Bloß dieses Mal wird einiges anders laufen. Mal schauen. Hallo, hallo. Ja, du bist irre und doof und ja, ich werde dich töten. Ja, weil du ein Dieb bist und so. Und ich muss dich bestrafen. Ja, das ist toll. Du bist irre. Und so. Das ist keine Chance, Mann. Achja, ich sollte vielleicht meine Ausrüstung mal kurz Satans Ring. So, so, sterben, sterben. Komm schon, mein Gott. So, stirb mal bitte. Danke. Von da habe ich mich jetzt nicht treffen lassen. Das ist auch nicht schwer, sich davon nicht treffen zu lassen. Ein bisschen ausweichen, hin und her immer. Dann geht das eigentlich relativ gut. So, klappt ja nicht. Dann wird die Kraft gekommen, blablabla. Ich bin Dracula und mich und du bist doof. Nein, das war gut. keep zusammen. Wenn sie beide zusammen, ok. Aber es ist kein Problem, ja. Für den Meister aller Klassen. ducken, hin, her. Aber ich werde gleich voll getroffen. Genau. Und? Ja. Nein, ich glaube nicht. Du bist nicht. Das kann nicht sein. Ich bin nicht der Akula. Nein, bist du offensichtlich nicht. Was ist denn das? Wow. Etwas liegt in mich hinein. Nein. Moment. Bitte, aufhören. Nein. Endlich. Ich verstehe. Ich. Alles. Ich bin Dracula. Das kann nicht sein. Komm raus, Arakido. Ich weiß, du bist da. Wieso hast du mich geweckt? Davor war noch alles in Ordnung. Ja, du solltest gar nicht erst in dieses Schloss kommen. Wieso hast du mich dann kommen lassen? Deine Seele und Draculas magische Kräfte sind eins. Was wir auch taten, dieser Tag musste irgendwann kommen. Ich musste dich dort wecken, wo ich meine Kräfte nutzen kann. Hä? Hä? Wie meinst du das? Verstehe ich nicht. Da du nun eins mit ihm bist, muss ein böser Geist in dich fließen. Ja, es begann vor einiger Zeit. Und langsam fühle ich, füllt es mich aus. Ich tue, was ich kann, damit es mich nicht überwältigt. Sobald du alles in dich aufgenommen hast, gehört seine Macht dir. Dann wirst du der böse Graf. Das will ich nicht zulassen. Ich auch nicht. Ich weiß, darum wählte ich den gefährlichen Weg. Den gefährlichen Weg? Das Böse kommt von jenen, die Chaos und Zerstörung suchen. Also müssen wir die Quelle des Chaos versiegen lassen. Ist das möglich? Dieses Schloss entsprang Draculas Magie. Es ist eine Geisterwelt. Es ist zu. Auch hier im Schloss existiert ein Chaosstrom. An einem Ort nur. Kommst du nur, Dracula. Dort ist das Chaos. Dann gehe ich. Aber keine Angst. Hab keine Angst. Aber was soll ich dort tun? Du musst es aus eigener Kraft beenden. Den Thron hast du bereits erreicht. Du kannst es schaffen. Wenn ich nur wieder ich selbst werde, tue ich alles, was nötig ist. Solange meine Kräfte auf diesen Ort einwirken, wird der Fluss des Bösen in dich verlangsamen. Beeil dich. Schon unterwegs. Danke für deine Hilfe. Aber vorher holen wir uns noch was Schönes. Und zwar... Schwarzer Panther! Erzeugt schnelle Bewegungen sind Stockwellen. Und Dracula gewandt. Erstmal den schwarzen Panther anlegen. Wo ist er denn? Wo ist der schwarze Panther? Wo ist der schwarze Panther? Schweizer Panther? Schweizer Panther? Schwarzer Panther? Ähm... Es ist Schädelmeinung. Scheinbar ist ein Steuershang. Scheinbar ist ein Schumpsmann. Skelettkeller? Ähm... Bin ich jetzt blind? Oder blöd? Schädelschütze. Skelett. Kronomarkoskellerumhang. legt und stachel schein rüstung schleim strans geht als schild melone bei küre oder mit haus alter das muss doch bei ne bei blau ne schwarzer panther ist es doch alles klar jetzt kann man nämlich ein ob diesen machen und ganz cool sein so und was habe ich bekommen dracula gewandt gewandt dass die kräfte draculas besitzt hier aus der spiel super schnell bewegen und jetzt können wir auch gleich ins chaos reich gehen ohne lange umwege schafft du bist weg das war aber aber er ist so weh mann runter und da drüben ist das portal Hallo, ich will mit euch nichts zu tun haben, ich will einfach nur hier durch. Das war ja blöd. Ich muss ja hier bleiben. Ich stopp euch das Maul, ihr Säcke. So, Feierabend. Feierabend, wie das tut kräftig, deftig, würzig, gut und so weiter. Aua, 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 ey, 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 ey. Ich mache zwar nur zwölf Schaden, aber die zwölf brauche ich noch. Ey, ich bin superschnell. Ah ja, jetzt muss ich hier lang, wieder das zerschlagen. Hui. 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 Und weiterzahlen. Das kann eine ganze Weile dauern. Diese Pendelscheiße nervt mich irgendwie. Das macht irgendwie keinen Spaß. Ich frage mich, warum die das eingebaut haben. Zwar irgendwie eine Art Geschicklichkeitsrätsel, aber irgendwie, weiß auch nicht. nicht besonders cool gemacht, finde ich. So. Sam, Sam, Sam. Und durch da. Ab in die Chaosgärten. Aber. Zack. Zwei Killerpuppen erledigen. So. Wir müssen jetzt einmal hoch und runter und dann wieder hoch. Ja, ja, komm. Leave me alone. Boah, Mann. Die Medusen können uns jetzt zum Glück nicht mehr so viel anhaben. Wer sieht so schnell sonst? Wie, ich gerade in die falsche Richtung? Ne, in die richtige. Ich dachte nur, dass ich in die falsche gehe. Weil ich rein theoretisch gesehen in die andere Richtung müsste. Ach komm, das war jetzt aber nicht ernst. Hallo, ich bin hinter dir. Oh, Leben aufhören und speichern. Ganz nebenbei. It's a nice. Hopp, 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 hopp. Sagt doch, hopp. Das hatte ich schon ganz vergessen, dass das aufgeht. Ähm, ich hummel mal schnell in die Seele von Golem. Okay, das war es offensichtlich nicht. Dann, hm, ich glaube, mir fallen noch ein oder zwei Sachen ein, die ich noch nicht erledigt habe. Und die werde ich jetzt erstmal erledigen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, jetzt, äh, kommen wir zu der Herausforderung, die ich vorher nicht schaffen konnte. Denn dazu brauche ich die Großfleer noch mal aus. Und, ähm, ich glaube, Skula nehme ich noch mit. Äh, ah, ne. Okay. Riesenwurm. So. Los geht's. Das wird keine leichte Aufgabe. Ich heil mich noch mal schnell. Okay. Los geht's. Äh, weg, 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 weg. So, weg, 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 weg. Äh, ja, da ist der Lehmann. Ach, komm, 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 komm. Ach, schjić. So! Aber wenn das endlich, wenn wir es zuerst haben. Ich Praise. Ein MR. Fledermaus, zur Not. Aber ich probiere es jetzt mal auf andere Art. Indem ich erst die Puppe hier besiege. Mich nicht versteinern lasse. Gar keinen Fall. Oh doch. Komm. Komm, Mann. Mann, komm schon. Alles klar. Die beiden sind weg. Der Rest dürfte eigentlich nur ein mittleres Problem werden. Oh Mann. Nein. Scheiße. So, nochmal der Spaß. Ah, scheiße. Ich habe Tod drinne. Äh, Panther drinne. Nein, 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 nein. Äh, cool. Äh, kann ich eigentlich gleich mal ausrüsten. Ich brauche ja aber Großkirgermaus. Nein, 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 nein. Nicht zu Stein werden, Mann. Alter, ich kann es nicht machen. Mein Herz, Alter. Mein armes Herz. Und hier finden wir noch ein Schwert und zwar das Walmung. Und jetzt muss ich noch lebendig irgendwie rauskommen. Das heißt, ich werde wieder meine Riesenwurmseele brauchen und mich mal schnell heilen. So, gespeichert habe ich jetzt. Mal gucken, ob ich hier auch lebendig wieder rauskomme. Äh, sieht schon mal schlecht aus. Komm schon. So, schwer ist das alles hier noch nicht. Das geht auch alles. Yeah, und geschafft. Sehr gut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim Chaos-Torn bin. So, da wären wir auch schon. Und jetzt kann es gleich weitergehen. Muss hier nicht noch ein Dämon sein. Na gut, vielleicht ja nicht. Vielleicht ist er auch hier. Genau. Beziehungsweise kein Dämon, sondern ein Teufel. Und hier muss ich, denke ich, runter. Genau. Noch weiter runter. Und hier ist das der Chaos-Raum. Ich speichere mal schnell, weil ich weiß, was mich gleich erwartet. Und wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's.